Hey Leute, ich bin der Tile und ich wollte euch nur kurz informieren, dass es morgen um ca. 19 Uhr auf twitch.tv.de eine Special-Folge geben wird von Brennt die Küche oder Brennt sie nicht? Nämlich Promi Brennt die Küche oder Brennt sie nicht? Mit unserem Kugelblitz Robin Hugentobler, aka Arohu und unserer Legende himself, Patrick Gamer Fan. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, 19 Uhr, vielleicht ein bisschen früher schon, auf twitch.tv.de, schaut vorbei, würde mich freuen. Wir sehen uns.